Hallo liebe Leute, grüßen Sie bitte zu sagen, es war heute der Autodiebstahlwitz, wenn man das immer hört. Hallo liebe Leute, grüßen Sie bitte zu sagen, es war heute der Autodiebstahlwitz. Und zwar ist er von meinem Freund Jan Metzger und ich eröffne ihn in Thorsten Thunfisch, den hier aus Erf Kostinski grüßen. Und Jan hat mir den YouTube-Facebook geklaut, der Autodiebstahlwitz, da ruft einer bei der Funkzentrale an der Polizei an. Helfen Sie mir, die haben mir mein Lenkrad aus meinem Auto geklaut, die Handbremse und das Armaturenbrett. Und dann kommt die Polizei da an und dann kommt der Funkspruch, alles hat sich erledigt, der sitzt so besoffen auf dem Rücksitz. Helfen Sie mir, die haben mir mein Lenkrad, meine Handbremse und mein Armaturenbrett geklaut. Und dann fallen die da hin und dann kommt der Funkspruch so, hat sich erledigt, der sitzt auf dem Rücksitz besoffen. Der Mann ist so besoffen, dass er nicht auf dem Rücksitz sitzt, sondern auf dem Rücksitz und auf dem Rücksitz ist ja kein Lenkrad, Handbremse und Armaturenbrett. Und der sitzt da hinten und ich fahre in dem Auto, deswegen hat er dann den Diebseil gemeldet. Okay, ciao, komm, wieder abonnieren.